Sie sind hier, 3. September 2018, 10.53 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Ziger, Dimektrik, künftig das Trikot von Medi Bayreuth, Urheberrecht, Getty Images, Medi Bayreuth reagiert auf die Verletzung von Hasan Martin und verstärkt sich mit einem slowenischen Europameister. Ziger Dimektrik erhält einen Vertrag für drei Monate. Medi Bayreuth hat Europameister Ziger Dimektrik verpflichtet. Der Center aus Slowenien kommt als Ersatz für den US-Neuzugang Hasan Martin, der wegen einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich zum Saisonauftakt fehlen wird. Dimektrik, 25, der zuletzt in seiner Heimat für KKK aus Novemesto gespielt hat, erhielt einen Vertrag für drei Monate. Durch die Verletzung von Hasan und die Tatsache, dass Andi Andreas Seifert, Dredd bei der Nationalmannschaft gebraucht wird, trainieren und spielen wir derzeit ohne richtigen Center. Auf diesen Umstand mussten wir reagieren, was wir mit der temporären Verpflichtung von Ziger Dimekt nun getan haben, sagte Trainer Raoul Corner. Der frühere Meister Bruce Bamberg hat unterdessen Daniel Schmidt zurückgeholt. Grund dafür sind die Achilles-Szenen-Probleme beim Australier William McDowell White, 20. Gatsch mit 28, hat von 2008 bis 2016 für die Franken gespielt. Von Sportinformationsdienst.